Da hinten sollen irgendwo Infos sein, ich seh' sie nicht. Gemeinsam seid ihr stark. So, es geht wieder nur noch um die Wirkungsdauer zu erhöhen. Das Heer des dunklen Herrschers führt einen Angriff auf einen deiner Türme aus. Was? Halte deine Feinde in den Schacht, bis die Unterstützung eintrifft. Das krieg' ich hin. Ich mache den Feind zu meiner Unterstützung. So. So, schön, Scheiße. Kommen wir auch von der anderen Seite, die Leute. Hast du nicht mitgerechnet, wahr, Type? Aua, damit hab ich nicht ge... ach du Scheiße. Hast du sie noch alle? Mach den Turm wieder aus. So, Turm löschen, sofort. Geh doch nicht an hier, was ist denn das für eine Sitte? Kann ich denn den wieder... Sag mal, ihr habt sie doch nicht mehr, alle Leute. Das kann ich. Ich seh schon, wie ich das kann. Gar nicht kann ich das. Der ist doch schon halb runter, der Turm. Wie soll ich denn den bitte so lange... Scheiße. Na, wenigstens ist der Ring jetzt wieder voll. Aua. 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 Sag mal, Leute. Was ist denn hier los? Spürst du das? Du Wurm. Komische Mauer, Mane. Tötet sie. Super, und da hinten kommt grad ein Karagor angerannt. Der hat mir noch gefehlt. Ich würde jetzt gerne auf den Turm raufklettern, aber irgendwie... hab ich so das Gefühl, das wird nix. Nein. Scheiße. Jetzt kommt natürlich der Grauk, den wir eben gesucht haben, ne? Nein, gib mir doch mal eine Sekunde. Ich brauch nur einen Moment Ruhe. Wow. Weg von dem Grauk, weg von dem Grauk, weg von dem Grauk, weg von dem Grauk, weg von dem Grauk. Ach, schön. So. Weg von meinem Turm. Scheiße. Der hält auch keine 17 Sekunden mehr durch der Turm. Nein. Das war so knapp. Ihr Mann. So, du machst das, ne? Ich werde währenddessen beim Auftrag neu starten. In der Hoffnung, dass das gleich wieder so einfach geht. Höh, einfach ist gut. Hast ja gesehen, wie ich abgelost habe. Abschauen. Das war wahrscheinlich, weil ich am Anfang die andere Front übersehen habe. Das war so der einzige Grund, warum das am Ende so sozusagen voll in die Hose ging. So, und jetzt ganz schnell. Na gut, ganz schnell auf die Leute. Na, komm schon. Komm. Nur ein paar müssen ja nicht alle sein. Aber genug müssen wir beherrschen. Sonst geht das gleich ganz schön. So, einmal noch. Und jetzt rückwärts, rückwärts. Kommt zur... Leute, andere Seite, andere Seite, andere Seite, andere Seite. Da kommen sie schon wieder und setzen alles in Brand. Hallo, Leute. Aua. So, ich sehe schon hier, sehe ich schon wieder kein Land. Aus irgendwelchen Gründen. So, mein Taragor. Und wieder auf die andere Seite. Krisenmanagement. Den nehme ich mir diesmal gleich. Wissen Sie mal, der Turm ist doch ganz geil in Schuss, oder? Und man muss nur wissen, wie. Das Leben wäre so viel einfacher, wenn man bei allem zweite Chancen hätte. Überhaupte ich jetzt einfach mal. So, absteigen, Celebrimbor. Ich finde das doch super. Ich renne in eine Höhle, um einen Graub zu suchen. Und gleich in der nächsten Aufgabe kriege ich einen. Ey, 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 ey. Wer hat den Turm in Brand? Gesetzt warst du das. Ich finde, ihr engagiert euch hier nicht genug, Leute. Könnte daran liegen, dass dieser verdammte Karagor meine Leute frisst. Ich weiß, dass er mir Turmschaden nimmt, aber er hält es, glaube ich, aus. Nein, das ist alles kein bisschen übertrieben. Wow, der Turm ist sogar über 50% geblieben. Gleich mal noch ein Zusatzziel erlegt, was mir überhaupt nichts bringt, wenn ich dafür keine Punkte kriege, oder? Das ist halt so ein Vorschlag, was man auch machen kann. So, wen nehmen wir uns jetzt als nächstes vor? Ich glaube, weiter hinten. Hier so gab es was, ne? Auf zum Ring. Ich weiß, ich wollte schnell zum nächsten Ring, aber ich habe gerade Lust. Lust, an ein paar Fässern hängen zu bleiben. Und weg mit dir. Ja, für Leute, die das Hauptspiel nicht gesehen haben und überhaupt nichts von Mordor wissen, das ist immer geil. Orks den Kopf abbeißen. Macht immer wieder Spaß. So, viel Spaß, mein Großer. Ich muss meinen nächsten Auftrag erledigen, ne? Schlechte Konstruktion. Der Feind richtete Baukräne auf, um den Bau seiner Kriegsmaschinen zu beschleunigen. Stell dein Heer auf, um deine Türme vor ihrer Vernichtung zu bewahren. Also Katapulte jetzt, oder was? Es kommt mir jetzt so vor, als müsste man jetzt quasi die Aufgaben, die man eben hatte, nur andersrum machen. Ach, warte mal, das war doof. Kann ich nochmal anfangen? Auftrag verlassen. Ja, natürlich. Zerstrafe gleich einen Arsch der Welt, der deportiert. So, nochmal. Wenn die schon so einzeln stehen, dann können wir die auch gleich brandmarken. Dann muss ich doch nicht da reinrennen, wie so ein Irrer. Mal ehrlich. Warum serviert der Koch uns nichts als Spinnensuppe? Ach, ihm wurde befohlen, das Sklavenfleisch zu rationieren. Wozu denn? Es sind noch mehr. So sind die sich vermehrt. Wow. So. Ist jetzt nun wirklich nicht auf Zeit, ne? Nicht auf Zeit finde ich immer super. Kann ich machen, was? Ich will. Du siehst mich nicht. Soll ich den mal freilassen? Ich glaube, das würde ihm da hinten überhaupt nicht gefallen, wenn ich den Karagor jetzt freilasse. Aber vielleicht ist er so doof und haut selber gegen den Käfig. Ja. Das ist nicht zu bestreiten. Tote Karagor sind definitiv tüchtiger als manche Menschen. Und ich schließe mich da nicht aus. Ich bin ja auch so eine faule Sau. Unsere Schützen treffen aus so großer Entfernung, dass ihre Opfer tot sind, bevor wir sie überhaupt sehen. Ja, und ich treffe auf so großer Entfernung, dass die Schützen mich noch nicht mal kommen sehen, bevor sie gebrannt werden. So, sehr schön. Einer noch und der ist ja jetzt wahrscheinlich, wird ja jetzt nicht so das Problem sein, oder? So. Das ist ja mal schön entspannt gerade. Aua. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Die kommen hier immer mal so stückweise hinterher, ne? Ich muss mal kurz The Higher Ground, ne? So. Alles cool, Leute. Leute, ihr habt hier noch Arbeit zu erledigen. Los. Macht den Turm kaputt. Muss ich jetzt irgendwie Angriffbefehle geben oder sowas? Oder macht ihr das von alleine? Achso, einen habe ich schon vernichtet. Na dann, Leute, 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 kommt. Oh, wo bin ich eigentlich gerade? Ach, da bin ich. Okay. Nicht mit mir, Junge. Ah, ja, genau. Ich sehe dich doch, Junge. Oh, ich habe aber nur keine, keine Dinger mehr, keine Pfeile. Ihr macht das, ne? Ich suche mal gerade ein paar Pfeile. So, jetzt dürfte eigentlich unser Rücken gesichert sein. Leute, konzentriert bitte eure Angriffe auf dieses verdammte Gerät. Die hier kann ich auch übernehmen, wisst ihr? Was war das denn gerade? Ist ja wie in, 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 in Dings hier. Wie heißt das? Ark of Origins sozusagen. Ein Hitzeblocker. Ach, verdammt. Auftrag abgeschlossen. Na immerhin. Schlechte Konstruktion. Erfolg. Dann werden wir jetzt garantiert gleich nur sterben. Initially, Ensuite, auf den Kingsburg ist eine Jaatschrechte Konstruktion. Fünf, 2, 5,4, 3, 5,10, 1. Ich schwäge dich. Ausinations hoffe ich. Töne auch. Der Satz war. Wow, 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 wow. Junge. Sein Gesicht. Super. So, ihr macht den Rest, ne? Eiei, ich bin ganz schön weit weg vom Weg. Eigentlich wollte ich zu dem Brief da hinten hin. Und ja, ich weiß. Eigentlich wollen wir auch Häuptlinge und so. Und blablabla und blablabla, aber wir nehmen ja alles mit. Naja, das meiste, nicht alles. So wie es Spaß macht, nehmen wir uns alles mit. Friss. Immer wieder witzig. Jetzt bin ich also der Kommandant. Ich verdammter Glückspilz. Wäre hilfreich, wenn dieser Abschaum ab und zu mal machen würde, was ich ihnen sage. Statt mich nur anzuschauen, als würden sie mir bei der nächsten Gelegenheit einen Dolch in den Rücken rammen. Was ich will, ist, dass Kommando über Soldaten, die mutig und diszipliniert sind und ihr Handwerk verstehen. Schätze, eins von dreien ist nicht so übel, solange ich sie mit anderen Zielen beschäftigt halten kann. Das wäre auch ein geiles Bild für ein Thumbnail gewesen. Das hier habe ich immerhin als Titel genommen und als Bild. Ey, geil. Das hier würde ich sowieso als Bild nehmen. Also habe ich bisher nur einen nicht genommen als Bild. Okay, zwei Briefe noch. Dann haben wir das auch hinter uns. Und dann haben wir das auch hinter uns.